Holöchen Poppöse Wer war'n da am Knistern? Ich hab mein Headset gerade rausgezogen Achso! Mann, nix, ich hab da meistens, wenn ich nahe an dem Bildschirm gehe und ich vergesse total, dass ich das Mikro hier vor mir habe. Ich klatsch dann immer mit nem Gesicht voll gegen das Mikrofon. Ich hab grad was zurechtgezogen und da war wohl mein Kabel noch. Da war die Unterhosen! Sollen wir hier hin? Das ist ein bisschen weit, aber müsste schaffbar sein, oder? Warte, dann sollten wir jetzt aber auch gleich... Ne, 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 ne. Ich bin schon raus. Ciao. Ich auch. Keine Falle, da fängt. Nett. Ja, fliegt schief. Ja, ich wollte gerade sagen, du fliegst in die falsche Richtung. Ne, ne. Doch. Ja, jetzt nicht mehr. Ich sehe ja genau die Pfeile. Ich wollte gerade sagen. Ne. Alles gut. Der Dingel daumen ist, der geht früher runter, ne? Du gehst früher runter, ne? Kann das sein? Ja, kann sein. Ich kann auch noch mal ein bisschen... Ne, 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 ne. Ich glaube, wir sind ja eh gleich am Ziel. Oh, ich glaube, hier sind viele. Oder? 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 Ja, warte. Ne, ne. Die fliegen, glaube ich, woanders hin. Ja, ja, ja. Die fliegen woanders hin. Hoffe ich. Wenn wir gleich Glück haben, ist hier wieder gar nichts. Ich glaube, man darf gar nichts steuern, dann... Toll, ich habe eine Pistole. Hey, ich habe eine Pistole. War das schon da? Ja, ich bin schon da. Also... Rail... Äh... Dieses... Rail-Dings, da geht's wohl scheinbar sehr heiß ab. Ey, was leuchtet denn da so schön? Ah, nur ein Trank. Bin ich? Sorry. Oh, nein. Achso. Der trinkt den Tranken. Ah, jetzt. Komm, die Toilette mich jetzt zerstören? Ah, doch. Das ist halt eine Pistole. In der Zone, haben wir ein bisschen Glück. Ähm... Oh, scheiße. Warte, ich guck mal. Wir könnten, äh, von, von hier da hinten gucken, ob da... Ne, ist keine Truhe da. War hier schon jemand gucken? Oh. Eine seltene Maschinenpistole. Hey. Oh, ich habe schon Schlüsse. Hör auf! Ist jemand am abbauen? Hör zu ich an die Westen. Ja, ich. Ah, okay. Wir brauchen Material. Ich mach die kleinen Sachen, die schnell gehen. Wow, ich habe eine Maschinenpistole und ne... ne Waffe. Also Pistole. Ich hab ne Salve und ne Pistole. Was hast du bio? Look. Ich hab ne Schotflinte und ne Pistole. Also Maschinenpistole. Cool, wir ergänzen uns. Pistole. Pistole. Oh, Scheiß. Ja, ich glaub wir sollten weiter damit zu überhaupt vielleicht noch Luft kriegen, ne. Oder Faye? Weil hier findest nix, mich hab jetzt nur ein bisschen Holz mitgenommen, da mich wissen wenn ich jetzt 41 Holz hab. Mh. Aber wo gehen wir hin? Hm. Hier so randenlang? Hier so? Ja. Weil eigentlich müssten wir in den Großstädten. Ja. Um wirklich Luft zu kriegen? Hm. Dann sind wir gleich tot. Jo. Aber rein theoretisch. Ich kann mir gehen, ne Runde schaukeln. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, es geht sogar. Alter! Echt? Das geht sogar. Achso. Also ich wollte gerade losballern, ey. Boah, ich hab ne Salve-Ding. Okay, weit ist es ja nicht. Da hätten wir noch kaputte Häuser. Sollten wir vielleicht gucken gehen. Ja, hier auf der linken Seite wär auch noch vielleicht was. Dieses Swervy-Dingen. Mh. Müssen wir vorsichtig sein. Ja. So wie überall. Man muss immer vorsichtig hier sein. Hä? Da ist die Tür. Äh. Ach, Pistole. Das bringt nichts. Brauch ich nicht. Eigentlich müssten wir ja irgendwo hin. Ja komm, wir versuchen das einfach. Entweder sind wir jetzt gleich tot oder nicht. Wir werden wahrscheinlich schon welche sein. Echt? Bestimmt. Hier, also die Tür ist noch zu. Ich mach nur mal einer, ich mach immer die Türen zu. Mach aber nicht jeder. Ist auch noch dran. Okay, dann ist vielleicht hier doch noch mal eine Sprungfläche. Hä? Hey! Warte die Tür zu. Ich hab auch noch mal eine, ich hab noch mal eine Falle. Wer hat mir mal wieder Muni geklaut. Äh. Ne, ich hab gar nichts. Ich hab ja nicht immer warten. Na, ach, Anwitz ist doch gut. Wir können eine Knarre haben. Achtung. Sie sich damit. So. Achso. Ja, weil man nicht. Geh mal eben nebenan. Guck. Erwarte ich. Einer kann von euch ein Trank haben. Guck. 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 Fähig ist glaub ich schon wieder woanders. Hier ist doch ein ungewöhnlicher Gewäufe. Ja, den hab ich grad rausgeschmissen. Guck. Na, Schrot. Ah. Nö. Habt ihr mir ja schon. B. 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 abgesprungen trug 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 ja eine taktische was so schöne sachen ich was denn möchte möchtest du möchtest du möchtest du die baba bombe haben die boogie bombe das nehmen die boogie bombe ich hätte eine maschinenpistole eine graue oder hinten ist noch ein blauer trank dann lasse ich lieber das halbe ding schilddrang ich nehme ich nix mit reißen mit einer maschinenpistole das ist natürlich sehr offenes gelände wobei hier hast du echt gut eigentlich natürlich noch verstecken könntest was ich mit absicht ich wollte ich bin ich warte grad was gucken eine shotgun wäre gar nicht so schlecht für jeden nochmal aber na gut man kann nicht alles haben ich hab nur shit anwaffen kannst vergessen ein salve gewehr warte denn wo zu dem da ach du bist lila ja können wir machen ein salve gewehr habe ich ich du kannst nur eine maschinenpistole von mir haben ist nur halt grau ja maschinenpistole bringt auch nichts weiß nicht was hast du denn was hast denn eine salve grün oder was ne ich hab nix grünes ich hab alles nur ja dann ist die maschinenpistole ja besser als die salve salve ne ne ah ah ja dann warum sehe ich denn da was kp achso das ist bestimmt eine lootkiste oh oh ne lootbox wahrscheinlich runtergekommen hier irgendwo ja oh hol sie dir ne besser nicht weil ich höre ne kiste irgendwo wollte doch die lootbox ey die ist schon wirklich die ist schon wollte ich gerade sagen und ich glaub da ist auch jemand schon ich höre irgendwo ne kiste hier ist ein maschinengewöhnliches pferdensturmgewehr aber gewöhnlich halt ne ne moment mal scheiß waschen also wort sich jemand gerade hoch ja ich achso alles klar ey kiste wo grad sagen ich hör nämlich was ach toll ich hör die kiste nicht mehr salve toll und dann auch noch nie raus diese begeisterung ey noch ne kiste echt was ja beide in dem haus hier ich bin noch eine bitte bitte uuuu ach da war die die ich gehört hatte also ich hätte jetzt noch einen ungewöhnlichen revolver hier liegen da bringt nämlich selber ja und und ehh trank selten vielleicht für viel äh ja ja musst du sich dann aber holen wo denn ja oben dann aus ich höre hier drüben noch äh ne kiste hup guck mal rein ah fey da ist was lilanes drin schallgedämpfte pistole ist halt aber naja aber ist lila ist schon mal besser ich bring sie dir mit will man nicht so ich auch fast dich ich 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 sie ist lila warte ja ganz ja ist doch schon mal besser als gar nichts kann es auch mir die geben ja ja ähm Stadt würde ich jetzt weiß ich nicht Stadt hier vorne Stadt aber da werden wahrscheinlich ein paar sein aber zum technischen stand war eigentlich noch ganz gut naja Stadt ist hier vorne wu könnte jetzt unser Glück oder unser Pech sein hier war ja gar keine in den Häuschen hier vorne oh das Häuschen habe ich gar nicht gesehen da nehmen sie noch einen jetzt werde ich auch schossen oh toll grau aber ich höre ne ich glaube die ist oben auf dem Dach soweit ich das sehe echt oh oh mein Gott hast du mich erschrocken hey ne ist sie nicht die ist hier drin auf dem Kühlschrank ey fey grüne Maschinengewehr Johnny hier ist noch ein Trank für dich ich hab noch einen oh öh was war dat hat jemand geschossen nein oh mein Gott alles klar ich nehm noch mal in meinen Trank das heißt die kommen jetzt ich mach Tür zu Achtung haha hast du die aufgemacht? nein ok wir sind umzingelt das heißt nein ich wollte einen Kühl mitnehmen Mann leck mich am ja die waren gut ah die waren noch zu viert ja ja sicher das ist natürlich ein Nachteil stimmt gar nicht ich hab noch Leben ach ne das ist der boah ich hab den Fass runtergeklatscht gehabt den Arsch ich hab den Fass runtergeklatscht gehabt ja gut ciao mit V ciao ciao ciao